Mit dieser Fahrerdtasche kann man nicht nur einiges transportieren, man wird auch garantiert nicht übersehen. Ein neues Top-Fahrer-Zubehör für 2014. Die Ortlieb-Taschen gibt es ja schon ganz lange. Die sind 100% wasserdicht. Das ist nichts Neues. Ganz neu ist die High Visibility Serie. Da gibt es jetzt Taschen, die all over reflektieren. Nicht nur die gelbe, auch die schwarze Tasche reflektiert bei Tag und bei Nacht und man wird dadurch wahnsinnig gut sichtbar, was natürlich den Sicherheitsaspekt erhöht. Eine Bürotasche und auch Taschen für Reisen gibt es in der Ausführung. Praktisch ist überdies die Tragefunktion dank integriertem Gurt-System. Die Ortlieb High Visibility Serie wurde bei der Eurobike 2013 mit dem Gold Award ausgezeichnet.